wohnhäuser stehen nach der epidemie leer das ist halt passiert passiert halt mal ne so kommen wir gleich wieder essen eben guten hunger macht das einen boxkampf arena wollen jetzt haben oha weil sie sich auf die schnauze hauen hier ok jetzt da sage ich nicht nein baue ich euch hin hier wenn ihr euch auf die schnauze hauen wollt habt in der box arena so zack ja wenn wir gewinnt rot oder blau der rote gewonnen der blaue steht zurück und er zu ende ich glaube dort rot gewonnen sehr schön das schüler ihr krankenhaus so 56 stück haben jetzt mal gucken wie weit wir damit kommen wir müssen jetzt neue schiffe gut machen leute dann wählen sie freund wollen wir da jemand abholen oder was aber wir sind 20 kam plus war es ist sehr heftig ich habe ja noch mal ein paar schiffe bauen so wie sieht die diplomatie aus 69 mit der piratin hier sind mit der piraten einfach 69 im guten zustand da passt lassen wir auf 69